Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich wünsche euch einen wunderschönen neuen Wochenstart. Momentan traden wir bei ungefähr 20.000, knapp 700 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin im Endeffekt in der gleichen Range, die wir uns am Wochenende gedacht haben. Aber trotzdem müssen wir auf einige Punkte eingehen, beziehungsweise welche möglichen Setups sich jetzt aus diesen letzten Tagen im Endeffekt rauskristallisiert haben. Das besprechen wir auf jeden Fall alles heute im heutigen Video. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke und lasst einen Kommentar unten drin, falls ihr euch irgendwelche Altcoins wünscht. Gut, dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Wie gesagt, momentan 20.400 US-Dollar auf dem 4-Stunden-Chart. Der Abtrend wurde mittlerweile gebrochen. Trotzdem gehe ich weiterhin davon aus, dass wir nochmal die letzte Chance haben, hier nochmal dieses Hoch bei ungefähr 21.100 US-Dollar abzugreifen. Warum? Wir sehen momentan vor allem, wir hatten es am Wochenende, erst haben die ganzen Meme-Coins, Shiba, Doge, was weiß ich, hat alles gepumpt. Gestern waren es vor allem die Meta-Coins. Gala hat gepumpt, Mana hat gepumpt, also diese ganze Meta-Worse-Geschichte. Und heute pumpen dann noch andere Altcoins wie Link und Sonstiges. Und mich erinnert diese Situation sehr an, sag ich mal, an vergangene Zeiten, wo wir immer auch mal wieder diese hatten. Bitcoin konsolidiert dann ewig und währenddessen pumpen die Altcoins wie blöde und dann kam eben diese Korrektur. Und das ist momentan das, auf was ich momentan sehr drauf achte. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, wir bilden hier möglicherweise so eine Art Ascending Triangle, also bullisches Chart-Pattern. Kann ich mir auch vorstellen, ganz ehrlich, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Trotzdem bin ich eher der Meinung, dass wir aufgrund des schwachen Volumes der höheren Hochs und dieser Bearish Divergence nochmal diesen letzten Peak, übers Wochenende hatten viele Leute die Möglichkeit, eine Short-Position zu eröffnen. Und dass wir dann eben nochmal diesen letzten Peak bis maximal 21.500 US-Dollar vielleicht kriegen, um dann wirklich diese 19.300 US-Dollar abzugreifen. Warum ich das denke? Keine Ahnung. Wie gesagt, Wochenende ist einfach sehr, sehr viel passiert, dass viele Short-Positionen eröffnet wurden und dann einfach nochmal diese Hochs abzugreifen. Werbenverteil logischer Sinn. Außerdem haben wir unten bei diesen 19.300 US-Dollar noch die Vector Candles. Daran bitte auch noch denken. Wir haben hier sehr impulsive Kerzen mit sehr, sehr viel Volumen drin. Die könnten wir uns auf jeden Fall noch holen. Vielleicht sogar zur Zinsentscheidung am Mittwoch, dass dann wieder die Volatilität um 19 Uhr eine Stunde lang extrem auf- und wieder abnimmt. Und wir da dann eben kurz Longs und Shorts eben in diesem Szenario fischen, um dann die wiederum auszustoppen. Kleiner Reminder noch. Ich weiß noch nicht, wer es gesehen hat. Ich habe ja schon die Woche ein kleines Video gemacht, was so der Wochenausblick ist. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde den Link auch unten in der Videobeschreibung noch mit reinpacken. Also welche Daten im Endeffekt für diese Woche erforderlich sind beziehungsweise welche wichtig sind und dann noch die traditionellen Märkte. Und auf was ich auch noch eingehen will, weil ich das viel zu selten mache, kommt gerne in die Telegram-Gruppen rein. Also in die Talk-News-Gruppe, wo ich jetzt auch mittlerweile ein paar Setups reinhau. Wie ihr seht schon hier, wir haben vorhin Chainlink den ersten Trade gesetzt. Polkadot ist noch ein Trade offen momentan. Also ich werde jetzt auch immer mehr Setups da rein posten. Natürlich könnt ihr auch einfach in die Chart-Analyse-Gruppe, wo nochmal alles kurz und knapp zusammengefasst ist. Aber kann ich euch nur empfehlen, wie immer, Link unten in der Videobeschreibung, würde ich mich darauf freuen, wenn wir uns hier weiter austauschen können. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz mal Ethereum gleich noch dazu an. Wie sieht es denn da aus? Im Endeffekt ist weiterhin unser gleiches Szenario hier im Spiel. Also es heißt weiterhin ein höheres Hoch. Das, was wir im Endeffekt auch bei Bitcoin momentan noch erwarten oder was ich noch erwarte, einfach nochmal ein höheres Hoch hier abzugreifen bis ungefähr 1.680, 1.690. Dann hätten wir im Endeffekt auch hier die 5 Wellen, also 1, 2, 3, 4 und dann der letzte Peak nach oben, die 5. vielleicht nochmal minimal höher und dann auch gleichzeitig noch dieses Rising Wedge, was wir hier auch noch haben und dann eben dieser Breakdown nach unten bis in den Bereich der 1.400 US-Dollar, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil hier unten eben unser ehemaliger Widerstand war, der dann hier nochmal zu Support flippen würde und es wäre einfach das technische Preisziel von diesem Rising Wedge. Das ist einfach momentan auch hier der Stand. Wir haben auch hier abfallendes Handelsvolumen auf dem 4-Stunden-Chart. Wir haben eine bearische Divergenz auch noch dazu plus dieses Rising Wedge. Also wir haben hier drei Sachen, die jetzt erstmal kurzfristig bearisch sind, aber trotzdem, wie gesagt, am Wochenende hatten eine Menge Leute einfach die Möglichkeit, eine Short-Position hier oben zu eröffnen, einschließlich uns. Auch wir haben hier oben eine Short-Position aufgemacht, auch wir haben bei Bitcoin eine Short-Position offen, wir haben auch noch eine Long-Position bei Bitcoin offen. Also ihr seht, auf was ich hinaus will im Endeffekt. Nochmal kurz alles fischen, bevor wir dann nochmal so eine Trendwende vielleicht bis Mittwoch oder am Mittwoch dann kriegen. Da auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. So, dann schauen wir uns ein paar Altcoins an. Was momentan vor allem durch die Decke geht, ist B&B. B&B ballert und ballert und ballert. Wir haben die Range komplett durchbrochen. Stop-Loss wurde hier auch rausgefischt. Also heißt, wir hatten ja hier einen Trade, habe ich ja angedeutet, bei 307. Der war dann kurzzeitig im Plus, haben dann auch relativ schnell auf Stop-Loss-Entry gemacht. Also hier überhaupt kein Risiko. Dann mehr gehabt. Aber trotzdem, wir sind hier einfach durchgeballert bis 337 US-Dollar. Natürlich gab es auch hier Elon Musk und Twitter und sowas und B&B oder beziehungsweise Binance gab es ja auch wieder Gerüchte, was den Kurs dann nochmal beflügelt hat. Wir befinden uns jetzt am oberen Ende dieser Gesamtrange eigentlich momentan. Wir machen die mal ganz kurz weg. Hier wird es natürlich interessant. Hier ist eine Menge Buy-Volumen reingekommen. Also momentan würde ich das noch nicht shorten. Wenn sich das jetzt natürlich auf dem 1-Stunden-Chart oder auf dem 15-Minuten-Chart das Volumen immer mehr rapide abnimmt. Ihr seht hier nochmal diesen kleinen Peak. Der war aber noch mit sehr, sehr viel Volumen. Dann kann man sich hier möglicherweise ein Short überlegen. Ich würde hier eher in den 15-Minuten-Chart schielen und gucken, ob wir hier noch ein bisschen so rumkonsolidieren mit deutlich weniger Volumen und dann im Endeffekt wieder diesen Rücksetzer kriegen. Aber wie gesagt, Short B&B ist momentan sehr, sehr risky. Das heißt, sobald ihr da ein paar Prozent im Plus seid, sofort den Stop-Loss auf Entry. Dann schauen wir uns Chainlink an. Auch hier haben wir ja vorhin drüber gesprochen. hatten wir ein kurzes Setup in der Gruppe mit den 4% Plus, wo wir dann hier oben rein sind bei ungefähr 8,17 Dollar. Profite genommen hier bei diesem Durchbruch nochmal ganz kurz und dann Stop-Loss-Entry und danach ging es nochmal eine ordentliche Welle auf 8,32 Dollar. Auch hier überlege ich mir trotzdem nochmal einen neuen Short. Je nachdem, aber vor allem welcher Bereich hier ins Auge sticht. Das zeige ich euch jetzt mal hier auf dem 4-Stunden-Chart. Ist hier drüben dieses Hoch. Hierbei ungefähr, was haben wir hier oben? 8,53 Dollar, 8,54 Dollar. Hat den Aspekt sehr, sehr viel Volumen, was hier irgendwo reingekommen ist. Das sieht man hier ganz gut. Also ich markiere das hier nochmal. Hier diese Buick-Handle und hier unten eben dieses Buying-Volumen. Das heißt, hier drüber liegen eine Menge Stop-Losses und das ist so der Bereich, der für mich dann später nochmal interessant wird. Werde ich dann auch später nochmal in die Telegram-Gruppe reinposten wahrscheinlich oder wenn wir da hinkommen sollten, dass ich hier oben nochmal eine neue Short-Order platziere mit einem Stop-Loss ungefähr bei ungefähr 8,70. Können wir ganz kurz gucken, was das vom Risk her ist. Wäre bei ungefähr 2,7, 2,5 Prozent. Das ist absolut im Rahmen, aber das wäre so für mich der nächste Short-Bereich. Sollte hier nicht wieder so eine impulsive Kerze wie hier entstehen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich möchte keine noch impulsivere Kerze sehen. Dann können wir den Short vergessen. Ich will abnehmendes Volumen sehen. Ich will möglicherweise noch eine Bearish Divergence sehen und dann können wir uns hier überlegen, dieses Hoch im Endeffekt hier zu shorten und dann möglicherweise eine Korrekturwelle nach unten hin mitnehmen. Dann, was endlich auch abgeholt wurde, Elrond. Seit einer Woche, schwöre ich glaube ich, in der Gruppe, möchte ich einfach diesen Short-Trade eingehen und jetzt haben wir uns endlich mal diesen Short-Trade abgeholt. Man sieht es ganz gut. Ich habe immer wieder gesagt, ich möchte, dass wir uns dieses Hoch hier bei 59,14 nehmen. Wir sind dann sogar noch in den Bereich der 60 gekommen. Also hier oben war dann auch meine Short-Order. Wir sind hier perfekt momentan, zumindest im Plus. Also in dieser grünen Ding war mein Entry ungefähr, ja 60, 59, irgendwo in der 59, 60. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall läuft der Trade momentan zumindest. Auch hier leichte Profite genommen, schauen wir mal. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Also ich kann mir möglicherweise hier nochmal so einen kleinen Push drüber vorstellen, die 6,45. Stop-Loss Entry überlege ich wieder rauszunehmen. Also bin ich ganz ehrlich, falls wir nochmal dieses Hoch hier oben abgreifen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und dann erst die Trendwende nach unten hin hinlegen. Aber ihr seht, überall, nicht nur bei Bitcoin, nicht nur bei Ethereum, auch bei den Altcoins. Bearish Divergence ist überall. Wir haben überall ein Rising Wedge, was ich ausgebildet habe. Wir haben abnehmendes Volumen auf dem 4-Stunden-Chart. Also es könnte eine ganz, ganz böse Überraschung noch geben. Ich will es jetzt hier nicht beschreien, dass wir jetzt hier den nächsten Crash sehen oder sowas, aber es deutet vieles nochmal auf den Rücksetzer hin. So wie bei Bitcoin, die 19.3, 19.4 deutet momentan sehr, sehr viel darauf hin und man merkt die Stimmung in den Gruppen, in den Videos, überall, extrem, extrem gehypt. Ich möchte nochmal an dieses andere Pattern oder beziehungsweise das Wyckoff erinnern, wo wir letzte Woche im Livestream eingezeichnet haben. Ganz ehrlich, abschreiben würde ich es einfach nicht. Denkt da einfach nochmal nach, dass wir nochmal einen Impuls in Richtung 23, 24 kriegen könnten und dann irgendwann die Spring-Phase kriegen. Was natürlich jetzt auch wichtig war, was ich vorhin vergessen habe noch, ist einfach der Aspekt, man sieht es hier drüben, beziehungsweise jetzt, warte, so, wir haben Höheres hochgebildet im Weekly, gutes Zeichen, haben das sogar heute Morgen nochmal getestet. Erst einmal gutes Zeichen. Jetzt gilt es halt auch diesen Trend festzusetzen, das heißt aber nicht und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir nicht nochmal die 19,3, 19,4 antesten könnten. Schauen wir einfach mal, wie die Woche ist. Kriegen wir die Woche wieder ein höheres hoch im Weekly, ist es ein gutes Zeichen, vor allem, wenn wir nochmal so eine Volumen kennen, die kriegen wir was, bezüglich der Fett sehr, sehr gut möglich ist, aber ansonsten weiter im Wachsamsein, das Wyckoff bleibt erst einmal drinnen. Gut, so viel dazu, kurz die News noch, neue VeChain-Partnerschaften mit Kaffee-Giganten. Jeder mag natürlich Kaffee, ich zumindest. Kaffee immer dabei, schön in der Kryptoguru-Tasse natürlich. Gerne den Artikel lesen, ich werde ihn später noch in die Telegram-Gruppe reinposten. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann morgen früh zu einem Update-Video wieder. Ansonsten kommt gerne natürlich in die Telegram-Gruppe, kann ich euch nur empfehlen, in beide. Wenn ihr darauf Bock habt, würde ich mich auf jeden Fall über weiteren Austausch freuen. Ich würde sagen, das war es von meiner Seite. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto!